Ich heiße Judith Jakob, wohne in Köln, habe meine Ausbildung in Essen an der Volkwang-Hochschule gemacht. Mann, Jackie! Und Sie? Wo sind Sie zu Hause? Ich ertrachte es nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Du wirst Schluss machen. Ja? Von oben ab nochmal ab. Ich verprässe dich. Weißt du was? Du bist krank. Ich habe eine Karte. Untertitelung des ZDF, 2020